einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch ja zum neuen trophy guide beziehungsweise schnell platin machen wieder bei roadbustle ich hatte da heute ein video gemacht hatte das hochgeladen und hatte liebe xabax erstmal grüße gehen raus mir geschrieben geht wohl noch einfacher das werden wir jetzt einfach mal testen wie ihr seht bin jetzt auf dem profil von meiner tochter gerade online da hatte nicht keine einzelne trophäe 0 prozent so press start und dann sind wir hier praktisch nach unten zu diesem roten haus und dann scheiße funktioniert wirklich da kommt die erste trophäe wir können auch rennen dann geht es nicht schneller wir brauchen jetzt einfach nur nach vorne drücken mit einem analog stick und abwarten nicht verreißen weil sonst wartet 4.000 5.000 6.000 16.000 brauche oder 16.500 also fast die hälfte schafft jetzt ihr seht die trophäen fliehen hier rein wie nix und ich halte nur nach vorne drückt na wir sind schon bei 14.000 und bei 16.000 können wir stopp machen da haben wir das dann erreicht da müssen wir dann nur noch warten machen wir bei 16.500 bis die letzten rein flattern weil ihr seht ja 13.500 wir sind bei 17.000 14.000 fängt schon gold an 14.500 rein theoretisch könnten wir jetzt auch rausgehen aus dem spiel aber ich empfehle immer bei sowas wenn trophäen hinterher kommen wie bei dem puzzle spiel zum beispiel wartet da lieber jetzt müsste gold kommen für 16.500 oder platin laufen wir mal nur weiter andere aber nur 16.000 was man braucht wir gucken gleich mal nach mal die 20.000 hier noch voll das hatte ich schon mal bei meinem ersten durchgang wo ich es im stream gespielt habe 16.000 eigentlich wäre jetzt platin aber wir haben hier die 12.000 und die 11.000 hier hat er nicht gemacht da waren wir jetzt zu schnell machen wir einfach so also wenn die trophäen nicht backen dann kommen sie sofort aber wie gesagt es kann passieren 11.000 11.000 11.500 12.000 war die nächste die fehlt war und jetzt müsste platin kommen und platin also wenn sowas ist einfach gegen so ein ding hier gegen rennen so und dann neu start und dann fangt er wieder bei 10.000 an und dann fangen wir an dann fangen wir an haben wir jetzt wie lange haben wir gebraucht drei minuten oder sowas keine ahnung und wir haben komplett platin und ja gut selbst wenn ihr über die straße geht kommt ihr da ziemlich schnell voran also einfach selbst wenn ihr sterbt immer wieder da voran gehen können wir bei trophäen gucken da haben wir das ist auch kein heck oder so das ist halt platin ist halt da so dann würde ich sagen wartet jetzt auch der koffer hat euch gefallen ich werde das jetzt auch gleich bearbeiten hochladen dann kommt heute noch ein spätes Trophäen Guide Video dazu rüber ok ein Däumchen wäre ein Träumchen wenn ihr noch so Spiele habt wo schnell platin ist sagt Bescheid ich habe ja im Store hier für ein paar Cent ein paar Spiele gekauft Hier Rohr, Jurassic und Dynamite Fishing aber die haben alle leider kein Platin ja so nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin Ahoi hat euer Odin oder nie es ist padres ich pledge e